herzlich willkommen zu einer neuen folge von minecraft und ja in der ersten folge also es war ja meine sicht von der ersten mal also erste folge von meiner sicht jetzt hier die zweite und in der letzten folge ist es einfach nach geworden ich hankte und konnte nichts mehr machen nahrungstechnisch haben wir uns ein bisschen sachen also ein bisschen essen angeholt wir besitzen bereits eine spitze in der axt ein bisschen brufstein ein hoher lachs den ich mich reinpfeife und sehr viel holz ist irgendwie immer noch bei die nacht nicht weg gehen will und ich nicht weiß was dagegen tun soll außer hier oben zu warten und so offen dass uns nix findet und ich gucke jetzt auch mal ich habe mich ein bisschen informieren steinschwert ist praktisch weil auch dann einfach ist ja dann wahrscheinlich meine axt dort echt lange wie man schon gesehen hat und deswegen mache ich mir jetzt hier erstmal sticks oder stecker jetzt hier ein schwert was so gibt es gesehen habe ich ein schwert zeigt mal gucken mal den unterschied sehen also diese leiste da also ok das schon ein großer unterschied ja hier ist auch so schnell aber schon großer unterschied das wirklich sehr sehr großer unterschied muss ich sagen auch hier noch irgendwas nein stein dann brauche ich noch nicht also schnapp bauen will ich noch gar nicht und brauche ich auch nicht aber ich glaube ja es würde perfekt kann ich jetzt wieder meine wertband mitnehmen machen holz ist wichtig immer das heute mitnehmen nein warum lass ich verstehen weil der ist genau hier vor und zwar hier habe ich ja den plan wie in der letzten folge schon erklärt hier will ich mich aufbauen vielleicht für sich so ein kleines so ein kleines haus hinbauen dann da so ein boot in der brücke nach hier und dann ja gucken wir vielleicht auf so ein beet nach da mit wasser dann müsste ich auch gut versorgt sein und so was ich jetzt vor hatte in dieser folge hier ist es schon mal ein paar sachen für mein haus vorzubereiten eigentlich habe ich dafür schon das meiste noch mal haben würde ist ein bisschen holzfrei ich glaube damit kann ich mir gerne haus bauen machen wir jetzt ein bisschen noch mal ich glaube ich mache einfach alles in 100 fach neues dann ja passt schon so ja passt schon alles gut ich habe davon noch ein bisschen was ja zack komm machen wir einfach alles dann ruhig jetzt neues war das wäre jetzt bestimmt dumm von mir hätte auch einfach nur nicht alles machen müssen jetzt nicht fahren müssen aber egal ich bin einfach nur ein schlau jungen die nehmen wir noch mit dem baum jeden baum hier die werden jetzt alle abgefällt ich kann das hier mit dem bäum nicht mehr damit zu viele nicht mehr hier wohnen ich nicht die bäume das wird so ein bisschen unangenehm aber warum meine achse seien ja dann muss ich auf einmal mit meiner hand kloppen ich mache mir mal eine neue die schienen neue gemacht ich mache mir auf jeden fall gleich noch eine steinachse damit ich ein bisschen mehr holz holen kann obwohl ich noch gar nicht so viel holz brauche aber das nie was so ach so scheiße das bräuchte viel fall wieder und das hier ebenfalls was das denn das habe ich hier schon wieder gemacht das scheiße gebaut also das dreck hier nämlich gerne mit mit genieße gerne aber was soll jetzt ich nehme es einfach mit kann ich mich mal irgendwas mit dem lachs mit dem lachs kloppe ich das hier weg klappt schon lecker lachs ach du scheiße ich habe nicht noch nie einen lachs gegessen alter niemals bitte nicht dieser bag wirklich sieht so geil aus so cool da irgendwann aufbauen wäre auch voll cool wirklich wenn man da irgendwann hinkommt okay aber ich dieses pinke holz was ist das für ein holz sehr komisch aus ich habe pinke blätter da habe ich einfach mal das dazu ich habe ja schon wieder Hunger wie viel esse ich denn ich esse ja ich esse ja mehr als ich mich bewege was ist das denn warte mal warte mal so roten Blumen die ich haben die sehen echt schön aus und damit könnte man was am Haus vielleicht noch machen was ist das oh was hat ihr denn hä hängt ihr fest ne sag mal bist du irgendwie ein bisschen ähm ich hab den Kopf kaputt da du kannst nicht einfach von oben runterspringen du hast gerade deine Beine gebrochen hallo geht's dir gut ne 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 also wenn du mich jetzt ignorierst dann erhole ich dich wie bist du willst du mit mir verstecken spielen oder was ne ich will dich nicht suchen ach komm ich fähr jetzt aber auf kann nicht sein ne kann nicht sein ne jetzt reicht's mit euch ne 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 ich fuhr da geplägt ne 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 lass dich niemand auf mir sitzen oh ich bin ein bisschen schlecht ähm hallo hallo Sir bitte oh äh 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 ich wollte mich verarschen könnte doch nicht zehnmal gegen so einen Blockspring hallo ne Kaninchenfilmeier Kaninchenpfote Hasenpfote ein großes Kaninchen ich lass mal im Leben ich auch ich bin mal ein bisschen friedlich ach ich bin netter Mensch dankeschön blaue Blumen sind auch cool aus eigentlich könnte man auch mit was anfangen aber ich glaube kann ich auch kann ich auch bekomme ich auch noch was hallo hallo bekomme ich auch noch was ah ah ne entschuldige nicht also ich weiß dass man da Weizenkörner rausbekommt oder Weizensamen aber irgendwie bekomme ich nichts könnte man einpflanzen dann hätte man auch eine Essensquelle die aber ein bisschen dauert aber naja hauptsache ich habe Essen ne ich brauche auch unbedingt mal einen Ofen irgendwas zum Braten Holz brennt ja ne ich komme davon habe genug ja ich glaube das mache ich mir auch vom Ofen ist das wichtig so oder also jetzt will ich nur noch einen Ofen machen ich gebe nur einen Ofen das weiß ich noch ja ja prima und den Ofen neues Rezept neulcher Ofen ne ne du will ich nicht bitte nicht für meinen Ofen behalten ich will jetzt nicht meinen Ofen ein paar Sekunden haben und dann direkt wieder weg haben das ist ja blöd oh was hab ich denn jetzt gemacht ah ok dann marschiert mein Fleisch hier rein ah und mein Holz ach ich weiß auf diese einen 3 holt die hole ich alles nur jetzt kann ich einfach neu und ich hab doch hier meine prima Axt Alter wie das Sound anders ich sag grad irgendwas explodiert bei mir oder so Junge hat's wirklich komisch an Gott muss ich sagen Fleisch mein Fleisch wie lange brauchst du noch ich warte schon ne Ewigkeit ja ok das ist jetzt nicht lange also ich hab aber Hunger vielleicht bekomm ich Hunger Alter das sieht doch viel viel lecker aus eigentlich mal gebratenes geiles Essen Krohle Alter warte erstmal muss ich hier alles sichern wo kann ich das schon mitnehmen was soll ich echt viel Alter ne 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 ich riskiere es nicht also ich konnte jetzt mitnehmen aber na hohe zack äh Spitzsack weiß ich nicht es ist noch mehr fertig zack zack und schon Level 3 das heil ist ja direkt daneben ich hab Regenöle neben mir was soll ich das schon wieder aber dann will ich mich aufbauen da will ich wieder was cooles hinbauen was sehr sehr cooles zack 8 Fleisch ich glaub das reicht erstmal ich will jetzt hier schon mein ganzes Holz wegmachen und mich hier wieder alles mit zack zack und ja dann geh ich weiter ne Blumen Blumen warum sind hier so viele Blumen was ist das hier Junge was ist da passiert was ist das 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 ich lass es einfach eigentlich mal gebratenes Essen ähm zwei Wolle okay ein Bett brauch ich noch nicht ich hab nicht meine Heimat ich hab nicht meine Wohnung wie im Bett was soll ich mit dem Bett anfangen wenn ich noch nicht mal zu Hause habe und wer braucht schon Schlaf ich bin doch ein Mann ich lauf jetzt hier rum mit meinem cooles Holzschwert such ähm ein paar Sachen ne ne ein Kaninchen ach alles gut was hast du am Leben was hast du denn für Probleme ich glaub ich tu mal ein bisschen weiter erkunden hab ich den hier noch so noch dieser Bienenstock hab ich ja schon mal gesehen vielleicht find ich hier neue Sachen ähm sehr viel was soll ich sagen ähm ja sehr viel Fläche und einfach nix dann drauf nicht mal ein Baum das ist wirklich traurig ne ne das baue ich nie wieder ab ich glaub ich brauch dafür irgendwas um das Honig da zu nehmen Gibt es eigentlich nur Honigfarm? ja bestimmt safe das meinen wir nicht schon komisch und wir haben hier einfach gar nix außer Höhe was ist das da? was für ein Baum? ich wollt ihr schon sagen alter ich dachte das wäre jetzt ein Haus oder so okay ist das ne Teele? hallo? helft kältes Geräusch ne 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 ich will mich nicht messen bitte nicht na na ja alter werde ich davon weg geboxt oder so oh oh was ne ich bin wieder schon wieder in Lavasin Kohle ich glaube jetzt wird jetzt mal hier runter gehen und schon gucken dass ich mir gleich die steinwerkzeuge mache damit ich hier mehr machen kann und stein schwer brauch ich eigentlich nicht ich brauche nur eine steinachs würde ich machen kann ich hier noch ausbrauchen zum brennen ja ich brenn die ich vielleicht schon mit sonst anfangen soll aus der holz kloppen ich habe die andere dann ist viel viel besser also denke ich mal welche auch stein und nicht mehr als holz aber wo ist mein zuhause noch mal ich glaube ich da lang ich lauf komplett falsch ja alter ich kann mir so schlecht sachen merken und es wird schon wieder macht ich brauche unbedingt ein zuhause guck ich komm nächsten folge muss ich mir zuhause bauen weil sonst kann es alles kann so nicht weiter gehen ich will immer wieder gejagt werde und nichts dagegen tun kann außer mich da um meine hütte zu verstecken zu weinen und zu warten hier müsste es auch sein bei den ganzen vielen bäumen hier alter ich habe ja nur bäume baum 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 ich zitiere darum train schon wieder ja hier ist es dann gehe ich wieder für irgendwo hoch kann ich danke schön wo wo ich mich das letzte mal eingebaut da oder ich gehe jetzt hier und wieder die werkbank jetzt guck ich mal was ich mache jetzt kommt ja ok die ist besser merke ich mir wenn ich glaube ich mache mir sogar eine alles habe ich dafür dann mache ich mir das direkt Steinschwert Steinschwert Nein, ein Damage mehr Brauche ich alles noch nicht Brauche ich noch nicht Der Spruch ist eine Wohnung Ich bin schon wieder am sterben Also was heißt am sterben aber Ich werde dich wieder gejagt Warte ich kann so lange meine Sachen noch ein bisschen praten Schön die schöne Holzachste rein und schön da schöne Fleisch Kaninchen Kann ich aber irgendwas machen Kaninchenfeld Ne Ne Oh, ein Kuchen Dafür bin ich wirklich interessiert Zucker Mit Ruhe Da brauche ich mich nicht Ne Ich komme Kann ich nicht Achso Oh, ja okay Das war also wirklich Ne, das brauche ich noch nicht Ich glaube ich kann nichts mehr Okay Das war ein Schnellweg muss ich sagen Das war wirklich nicht lange durchgehalten Also In der nächsten Folge bauen wir uns glaube ich unsere Wohnung auf Also unser Unser kleines So ein klitzekleines Haus Wo ich ein bisschen wohnen kann Vielleicht ein Bettchen Eine Werkbank Und einen Ofen Das würde von Anfang an schon reichen Dann würde ich noch ein bisschen Kohle holen Damit mein Ofen auch nicht mehr von Holz passieren muss Aber für eine Hülle bin ich noch ein bisschen zu ängstlich Für mich außerhalb auch moderner Kohle vielleicht ein bisschen gucken Vielleicht finde ich auch schon mein erstes Eisendamm Weil ich nun was ich tatsächlich noch grad nur brauche Ich brauche Kohle Weil ich muss mit meinem heutigen Zelt Braten das ist nicht egal Ich bin fertig mit dem Braten Und da auch ein neues Rezept Eine Suppe Eine Suppe Vielleicht Ich kann mir vielleicht schon eine Suppe gönnen Jauhaa Okay Von wo Von wo ich jetzt Kartoffeln, Karotten her bekomme Pilz Ja Alter Von Von wo soll ich das her Eine Hacke Eine Hacke kann ich mit dem Beet machen Da müssen wir uns auch noch kümmern Aber Dafür sind wir noch ein bisschen weg Den Beet brauchen wir noch nicht Gucke ich mal wieder Oh Alter, was ist das? Achso ein Enderman Junge, die Augen haben mir so Angst gemacht, ne? Hallo Alter, wenn der jetzt kommt, dann bin ich tot, ne? Ob Äh, ich glaub, ich muss keinen Ofen wieder mitnehmen Ofen wird fein Alter, wie los ist das? Hallo? Ist er hier oben? Hallo? So scheiße, Ofen, bitte Ofen, fein nicht runter, bitte Danke für Ich nicht Hallo? Bist du hier? Warum höre ich das so laut? Oh mein Gott Ja, ist okay Meckere nicht rum Alter Höh 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 Bist du fern von mir? Komm her Junge Alter Monsterjäger Ich hab ein Achievement Ein Fortschritt Ein Fortschritt Monsterjäger Da war einer Jetzt ist Ähm Wo ist der hin? Da war einer Ich mach ihn mal auf, die können nicht rücken, oder? Nehmt die Nehmt die da Dankeschön Ich sneeke mal ein bisschen rum Äh, die Türen da Oh nein Nicht, dass ich echt dumm sterbe, das will ich nicht Mach ich mal lieber zu Stattdessen Dann Überlege ich Wie ich mir Schöne Schuhe mach Oh, so schöne Schuhe Aber Ne, ne Ich verbrauch dafür da nicht Ne, ich verbrauch dafür nicht mehr Leder Ist auch unnötig Roter Farbstoff Ja Roter Farbstoff Eichenschufen Brauch ich alles noch nicht Also brauche ich alles grad gar nicht Es ist eigentlich aus diesen Wolken und Himmel Und ein paar Berge Weil die einfach zu groß sind Ich glaube Alter, ich bin wirklich gespannt wie es bei meinem Papa läuft Ich hoffe, ähm Ich hoffe, bei ihnen läuft es gut, ne? Nachts da ist es so ein bisschen kritisch Wenn man schon bei mir sieht Muss man irgendwie anders handeln Also ich hoffe, mein Vater hat alles erklärt in der ersten Folge Hoffentlich Also wie es hier alles läuft und so Wenn nicht, dann, ähm Muss man Wörtchen mit ihm reden Oh nein Oh nein Hätte ich niemals sagen dürfen Egal Vier Erd Vier Erd Erd Ich darf da auch unten gehen Und ich darf vielleicht verstecken Lauf 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 schneller Ich bin nicht lahmarschig Ich bin nicht langsam Muss euch mal trainieren gehen Was war denn das? Oh Mann Oh Mann Oh Mann Nein Ich kobe jetzt nicht gut Was hab ich denn bis schon gemacht? Ja, ähm Äh Geil hier, wirklich Nö, was ist hier denn alles? Ich tümpf hier schon Ecke hin Oh Mann, was hab ich gemacht? Ja Meine Rettung Sie kommt Die Sonne Ihr werdet sterben Und nicht überleben Was geht hier? Ich schau zu, wie die verbrennen Also Also nicht, dass ich gut finde aber schon Weil Die sind die, die mich auch umbringen wollen Und ich sterben einfach die Beim Umbringen Beim Versuch mich umzubringen Das Das find ich wiederum wieder cool Sollte mir echt mal ein Steinschwert machen, ey Und die auf jeden Fall gut wegmachen kann Ich hab Angst, dass ich sterbe Weil ich einfach Ich nur diese Ruhe bin und, ähm Dann einfach kein Damage mache Das ist vielleicht stein, komm schon Oh, warte, der ist doch denn Oh nein Komm, oh nein, nicht, nein, nein Oh nö, lass mich doch in Ruhe Bisse Knochen Ja, Knochen Ja, Knochen Neues Rezept Knochenmehl Wusste ich doch Was Knochen kann man Knochenmehl machen Ich hab aufgepasst Natürlich will ich jetzt gerne ein Steinschwert machen Weil Ich mach echt wenig Damage Das kostet Zwei Steine Ich mach hier Am besten geht wieder zu meinem Strand da unten Zu meinem klitzekleinen Strand Der irgendwann cool aussehen wird Ich weiß es Machen wir mal so Machen wir mal so Zack Ich muss das gleich wieder zum Anderen benutzen, ne Nimm ich den ja klar wieder mit Den braucht man ja immer Weil wenn man den nicht braucht, dann keine Ahnung Schon komisch Junge Vielleicht 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 Kann ich mir die Kohle da schnappen Ja, aber ich Meine ich welche Ich Hallo? Sie haben nichts drin Was für Zombies? Kohle Ich geb ich auf mich mal mit Ich muss ein bisschen essen braten Und muss nicht immer mein Holz verwenden Alter Ich glaub das Kopf verdorben nehmen wir auch noch mit Weil wenn ich schon hier bin Komm schon mach mal schneller bitte Warte, wie viel ist denn hier? Junge, 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 Junge Ich bin kohlereich Okay, ich komm nicht reich, ich komm hier sind ein paar Kann ich in der Kohle sogar Fackeln machen? Kann ich ein bisschen Licht machen? Ist auch praktisch Alter, wie viel ist hier denn? Tchuuu Warum ist hier denn so viel? Irgendwo mehr? Nee Ich brauche das weiter ab Baut auch das lang Kann ich nicht abhaben? Perfekt Stabil Weiter Das ist aber echt viel Kohle hier schon wieder Das ist aber echt viel Kohle hier schon wieder Tschüss Das find ich da gar nicht Ich will nicht da rein Ich will doch noch meine Kohle hier haben Ich glaub das reicht doch gleich erstmal oder? Komm nicht so viel Nimm ich mal das hier mit Ich muss sagen Ach komm, ich bin jetzt eh fast kaputt Was ist denn auch kaputt? Ich will doch mal eine neue herstellen Ja, müsste ich eigentlich machen können Bin ich echt doof Kann ich das Kupfer nicht mitnehmen? Oh! Habt ihr so gut? Nimm ich mir direkt mal eine Steinspiecke Also ich Technischer Frau Schmidt Okay Zack Kann ich jetzt Kupfer abbauen? Ja, oder? Ja, jetzt geht's Komische Kupfer Kupferblöcke sind das bestimmt Kupferblöcke Ich will aber schnell wieder raus Ich hab hier so ein komisches Geräuschgeld, ne? Nee, 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 nee Ich vertraue das nicht Weg, 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 weg Hier, bitte, bitte, bitte Ich geh zu meinem Standort Da ist doch alles Frieden Hier ist alles sicher Hier ist alles sicher Was hat sich denn hier alles gebildet? Da haben sich die ganze Familie wieder gebildet Also vorher Hier waren vier, fünf Vier, drei Fische gestern Also in einer anderen Folge Kühl 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 Ah ja, das wollte ich nicht Blumen habe ich noch, Knochen Truhe. Äh, was ist Truhe? Räutschbett. Geh ich mal weiter hoch. Ich brauch ein bisschen Stein noch. Stein ist echt wichtig. Und ich hab nachher wieder keins. Ganz klar. Zack, zack, zack. Und ich mach wieder zehn Stück mit. Denn ich will meinen Boden oder so noch aus Stein machen. Und ich will in der nächsten Folgefläche hier so eine kleine Wohnung bauen. Wo ich da ein bisschen lebe mit meinem Strand, mit meinen Fischen. Das heißt meine. Okay, sind schon meine jetzt. Du gehst alle mir hier. Alle. Und du. Und? Wo ist das Schafen? Nein. Da muss ich was tot. Ach man. Jetzt kann ich nicht Zucker machen. Zerper. So. Damit kann ich Zucker machen. Ja, so ja. Ich muss erst mal lassen. Sieht ja nicht ganz schick aus. Also ich komm, wenn das weg ist, dann sieht es nicht mal so gut aus. Das muss erst mal bleiben. Ich würde sagen, aber ich muss mir, ich komm schon mit ein paar Weizenkörnern. Oder Weizensamen. Denn ein Beet wäre, wenn ich hier noch hinbekomme und mich ein bisschen formiere, was am besten klappt, dann kann ich mir vielleicht schon Weizen machen. Und mit Weizen kann man Brot machen. Und ich hab essen. Ist auch ganz gut, weil Fleisch hieß es nicht mehr so gut aus. Hab noch neuem Fleisch insgesamt. Ist nicht so gut. Dann brauchst du diese kleinen Teile. Arti braucht auch. Ne, kommt irgendwie nix. Hallo. Hallo. Oh, da ist der erste Weizenkörner. Was für die Brauchstil? Weiß gar nicht. Fünf Stück. Okay. Oha. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nicht. Also, tut mir leid, aber mein erstes. Ne, ich hab noch gut. Ach, ich komme jetzt nicht am Leben. Weizenkörner habe ich. Und Erde wäre noch ganz gut noch. Damit ich einfach das vom Ready habe. Mach ich mir so. Mach ich zack, 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 zack. Einmal ein paar Sticks. Mal nur Holzschaufen. Gleich als ich noch ein bisschen. Ja. Genau das wollte ich noch machen. Prima. Ich will so ein bisschen mitmachen. Ja. Meine Werkbank mit. Was geht denn da rum ab? Aha. Und wann macht ihr schon wieder? Ja, der erste läuft schon, ne? Habt ihr meinen Schneidschmerk gesehen, ne? Ja, okay. Ich würde jetzt eigentlich sagen, das war's mit der Folge. Aber ich will mich hier beim Strand weggehen. Weil dann mit für eine nächste Folge gleich da bin. Ja, ich hoffe, es hat gefallen. Und ja, würde ich sagen. Warte, 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 warte. Ciao, ciao. 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 Ciao.